Z 3 das ist ein das ist nicht schlecht das Video wird doch sowieso hinterher wieder gelöscht weißt du doch Achso, irgendwie Das Video lösche ich doch eh Genau Lachen genug zugehört, die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen Ich werde mich rächen Der Verantwortliche wird abgebüßen Oh, bleibt doch hier Chapeau Chapeau, da wie der heißt Du bist zwar zu lang ein friedlicher Mann Lern meinen Zorn kennen So, was macht der jetzt, ey? Oh, der ist ja total wütend, ey Ah, scheiß Rotröcke Hey, sohst du Streitengländer? Ich gebe dir, was du so siehst Was ist denn gegen Rotröcke, Alter? Zeitlimit für Konflikte, oha Nur noch 10 Sekunden 35 Warum muss der die auch ansprechen, die Rotröcke, ey, so'n Scheiß Mann, lass die doch einfach in Ruhe Die Rotröcke Hey, Rotröcke! Euer König Oh mein Gott, der ist gleich tot! Oder ich Ich bin, glaub ich, auch gleich tot Stärker, Mann Ja Die gucken uns Werden Die Leute Die Rotröcke Die sehen aber ganz schön cool aus Die Zuschauer Zuschauer Ja Ja, ich bin YouTube Ja, ich bin YouTube Wir gucken uns zu! Oh nein! Ja, ja, nochmal Voll herztisch! Da komm doch du scheiß Rotröcke, ey! Suck! Also ich kann jetzt Zwecks PPD-Craft nicht runterladen was Echt? Ne, ich komm die Seite nicht drauf Ah, und auch die Wollt sie mir nehmen So, cool! Weiß ich nicht! Hm Also irgendwie will ich die Waffe jetzt auch Oh, ne! Das steht über Euro Ich nehm diese Ich nehm diese Ich nehm diese Äh, 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 hier Und wann? Ich hab jetzt Ich hab jetzt so ne richtig fette Axt aufgehoben, ey! Die wird Die ist richtig heftig, ey! Richtig heftig? Von den Rotröcken, ey! Die mit den roten Röcken! Das ist ja sicher, dass es nicht Äh, rassistisch... 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 Rassistischisch... Rotröcke zu sagen Oh! Oh! Ich liebe diese Axt! Hier einfach durchm Kopf durch! Und zack! Und zack! Und zu zweit! Und zack! Bam! Hohoho! Man kann gegen Unrecht angehen! Aber du will nicht so nicht! Ich gucke jetzt mal ein bisschen Umfassend! Die ganzen Menschen sind aufgebracht! Ein Urnacht! Ach, wir müssen wieder ein LPC machen irgendwann... Was ist dann? Schon wieder? Wann haben wir denn mal eins gemacht? Na ja, vor... vor 8 Monaten oder so! Ach Gott, von meinem Glück! Zehn Part! Ich glaub, damals hab ich noch auf meinem guten alten... Laptop gespielt! Ja! Und wieder meine schöne Axt hier! Zack! Und zack! Und... Bäm! Voll in den Rücken rein! Ja, dat gibt... Dat gibt Rückenschmerzen! Ja, ja! Nochmal! So, was hat dieser Chapeau denn jetzt wieder? Verstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein T hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden wer! Und was sagst du? Weile ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Oh oh! Was nun? Ein Fenster öffnen! Setzen Sie Ihre Assassinen-Rekruten im Kampf ein oder nutzen Sie... L! Okay! Halten Sie... L gedrückt! Oh oh! 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 Wer zur Hölle bist du? Oh! Oh! Voll in die Schulter rein! Ahahaha! Ist das geil! Warum? Du hast eigentlich nicht den Weg zum Kampf? Ob das Parlament zustimmt oder nicht? Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson! Johnson! Beende seine Qualen anständig! Bitte! Haaaah! Haha! Das war's! Jaja, dann fremst dich, ne? Der hat ihm einfach eiskalt durch den Hals gestochen! Leute, scheinbar ein Ohr für dich! Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche! Deutlich! Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe! Sollst die Briten doch behalten! Boah! Ginst du wohl keinen Server, wo man drauf spielen konnte? Nee! Ich sagte vorhin, ich geb dir ein L aus, wenn du mir hilfst! Nee! Sag's einfach nie! Ich habe ein Assassiner rekrutiert oder ich habe jemanden zu mich bekommen! Für mich bekommen! Für mich bekommen! Sequenz 6, der Vorwut kocht! Mission beendet! So! Nach Mission in diesem Symbol Ausschau halten! Wo müssen wir denn die... Ah, dahinten müssen wir jetzt hin! Und zwar... Ähm... Hierhin, Hauptmission! Jetzt mal zum... Okay, bis gut, Mann! Mach das mal! Sper AC! Tja! Tja! Mh... 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 oder eine Hälfte im Grunde Wetter Temp unter in drei der Eier werden der hier ist ein Kühlschrank ja okay ich hoffe ihr kennt mich nicht leider kennt mich nicht gut Leil Prozent ich bin nicht frech ich bin nicht frech Prozent die Mitglieder die Kette der Bühne die Sekretärs die Tee-Party Mission starten der Mauer noch so mit dem Platz machen ja aber nicht mit dir und so zu Mä das geschieht nur er und auch nur nur noch besprochen er kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes was weiß ich das erste Textur und was du je benutzt hast in Minecraft das weiß ich nicht mehr naja sollen wir dann ich weiß es noch was ist denn los ich wurde den Kanzler aus dem Zweifelskreis ich habe nichts vorzuweisen weil ich jetzt immer Angst mit der Texturmpakete zu downloaden gegen Viren und so was so was auch immer gemacht und dann hab ich den Gebet und dann okay es war eine Version 1 abzuholen dann gehen wir zu Griffins Wharf betreten die Schiffe und versenken den Tee so einfach einfach scheint etwas optimistisch Minecraft Version 1 heute Nacht sind wir alle Sieger die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England überraums William Johnson seiner Geldquelle dein Wurf ist jetzt sicher ich habe eine Idee warum gehst du nicht voran dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme Stimmt's in neue Probleme stürzen oh je was in Boston 16. Dezember 1773 wir müssen den Zorn der Menge zu unserem das war gestern vorgestern war das so was soll ich jetzt machen die Wachen erledigen ja mach mal ja mach ich okay mach mal dann mach ich das mach mal so was auf zielen laden und zack oh 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 ich muss Verstärkung rufen aber das geht nicht ich kann keine Verstärkung rufen guck mal jetzt bin ich gegen 15 ey ich muss gegen 15 andere ganz alleine kämpfen das soll die Kacke da die Scheiße du einfach wirst da schießen wir einfach mal vorbei zack ha 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 ist halt geil zack so 6 von 15 eliminiert die nächsten folgen zugleich und zwar hier und zwar einfach hier und zwar warte und zack 7 von 15 eliminiert oh 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 die schießen gleich alle auf mich ah so richtig soll zack guck mal was sind das denn für Luschen ey die stehen 15 Meter von mir entfernt und können nur auf mich schießen anstatt zu mal richtig in den Kampf ziehen und gegen mich wirklich von nah kämpfen nein voll die Mädels weiter die 6 du der hier heißt Minimit ne ja zieht voll viel FPS ich hatte vorher 120 und jetzt jetzt habe ich 100 jetzt habe ich 80 80 80 bis 100 das ist eine Stadt viel ja da vor 12 ich meine okay 80 FPS gehen auch noch ja ich weiß ich auch das ist so viel das sieht die Schnee doch nacht in die Nacht so auf geht's und jeweils sind Prozent noch gestern alle hier ist weiter dem Spiel da werfen wir den ganzen Tee jetzt von Bord und monate Menschen jubeln uns zu das war doch das ist aber doch wirklich mal passiert mein ich ne ja ja ist es so die Party ja ist auch so ja die Bostoner Tee Party Soldaten oh nein Soldaten was was soll ich das gelernt haben nee wo denn warte mal weil es jetzt ist grüht nee nee sag mal nee warte mal wo lernt man denn Sachen ja in der Schule keine Ahnung ja jetzt rate mal wo ich das gelernt habe man sag einfach in Geschichte warte noch einmal in Geschichte Reseck und Cody Reseck und Cody an Bord nee normal achso kennst du das? ja klar kann ich das ich muss jetzt die Leute auf dem Boot verteidigen ey ich muss ich lerne in der Schule da lernt man halt zum Tag eh nix mehr keine Ahnung da lernt man eh nix mehr da woher soll ich das wissen ich dachte nur du kommst morgen jetzt du kommst nächstes Jahr erst in die dritte Klasse achso nee ich komme nächstes Jahr auch erst im Kindergarten achso ja muss er vorstellen bist du dumm ja fällst du am Kindergarten durch beim Mittagsschlaf ach ach gibst du so Noten na da fällst du am Mittagsschlaf und tot zack ja fällst du guck mal ey alter wie viele Menschen da jetzt stehen ne drei na okay ich würde auch sagen wir machen jetzt hier erstmal Schluss sind schon 48 Minuten und dann ja ja wie willst du das denn schneiden ja wirst du schon sehen also dann danke ich dir erstmal dass du hier warst vielleicht bis zum nächsten Mal und euch danke ich auch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder bis dahin tschüss tschüssi 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 tschüssi